Letztes Mal hast du mir schon ein bisschen Angst gemacht. Womit denn? Ja, das Herzen reinigen und jetzt wird es noch schwieriger. Letztendlich geht es darum zu wachsen, reifer zu werden und Hindernisse zu überwinden. Wie etwa? Wie etwa der Angst. Sie gehört in der heutigen Zeit zu den häufigsten Herausforderungen. Sie hindert meine Entwicklung. Nein, sie ist eigentlich eine wahre Schatzkurve, wenn du dich ihr nicht widersetzt. Und deswegen nennt Allah sie an erster Stelle aller Prüfungen, als er sagt Wahrlich, wir werden euch prüfen mit Angst, mit Hunger, mit dem Verlust von Besitz. Dem Verlust von Menschenleben, von Seelen, mit dem Verlust an Besitz und Erträgen. Aber frohe Botschaft, den Standhaften. Wo sind denn da die Schätze? In der Standhaftigkeit. Du gehst mit der Angst durch die Sachen durch. Meide sie nicht. Immer und immer wieder. Und du wirst abspeichern, dass du es kannst, dass ich was kann, die Angst zu deinem Freund zu machen, der dir bei diesem Wachstum hilft. Dieser Freund wird dich nicht umbringen, sondern er wird dich befreien und dich resilienter. In dem Fall gehe ich jetzt das Falschinspringen. Falschinspringen Falschinspringen